für einen Ausblick, nämlich in die mathematische Behandlung, wo wir jetzt nochmal sozusagen neu starten. So, und jetzt für diese mathematische Behandlung kann ich Ihnen wirklich nur einen ganz kleinen Geschmack geben, wie das jetzt aussieht, wenn man als Mathematiker Logik betreibt. Denn dann fängt man ganz anders an. Und mir haben schon viele Mathematikstudenten gesagt, die sind in eine Vorlesung gegangen für Logik und sie haben dann in der vorletzten Vorlesungsstunde überhaupt des Semesters, haben sie dann begriffen, was das Ganze überhaupt mit Logik zu tun hat, weil es beginnt auf eine Weise, wie es halt in der Mathematik üblich ist, dass vielfach dann so der intuitive Zugang, die Motivation für Dinge wird nicht genannt und es wird einfach im Formalismus hingeschrieben, den lernen Sie, dann lernen Sie die Regeln und dann machen Sie irgendwas und es ist auf einer sehr abstrakten Ebene und Sie wissen gar nicht genau, was passiert. Und für das Folgende wird es jetzt so sein, dass die Dinge, die Sie bisher gelernt haben, die dürfen keine Begründungsrolle spielen, sondern die sind nur dazu, um bestimmte Dinge zu motivieren. Also was Sie jetzt gelernt haben, ist von der mathematischen Standpunkt her alles sozusagen Kinderkram, das sind alles nur Argumente, die motivieren, wie man dann richtig Mathematik macht. Und deswegen sieht das für Mathematiker dann auch sozusagen unbefriedigend und blöd aus, was vielleicht ein Grund sein mag, dass ich hier negativ bewertet werde, oder nicht so gut bewertet werde. Und zwar wird jetzt eben dann die Aussagenlogik zunächst mal von Grund auf neu aufgebaut, als mathematische Disziplin und das funktioniert dann eben ganz anders, aber Sie werden das jetzt eben sehen. Ich muss Ihnen jetzt aber zunächst, weil Sie das in der Schule wahrscheinlich nicht hinreichend gelernt haben, was sagen, was generell eigentlich ein mathematischer Zugang ist. Also wo zeichnet sich sowas aus? Und ich nenne Ihnen das mit drei hauptsächlichen Charakteristika. Wenn Sie Mathematik kennen, langweilen Sie sich jetzt. Wenn Sie wenig Mathematik kennen, sagen Sie, aha, interessant, wie nett. Zunächst, es gibt in der Mathematik immer eine Abstraktionstendenz, eine ganz starke Abstraktionstendenz, die rigorose Abstraktion von allem, was für das entsprechende Gebiet nicht wesentlich ist. Das ist ganz entscheidend. Sie fragen sich einfach, was möchte ich wissen, worüber möchte ich mich beschäftigen und alles andere wird abstrahiert, ohne Kompromisse, wie abstrakt das Ergebnis auch sein mag. Was wesentlich ist, weiß man typischerweise nicht im Vornherein, sondern erst durch eine gewisse Vertrautheit mit dem Gebiet. Und es kann auch noch sein, dass eben im Lauf der Entwicklung man dann sieht, oh, man muss nochmal korrigieren, man kann noch was abstrahieren oder muss noch was mitnehmen. Also die Frage, was wirklich wesentlich ist, etwas, was Sie nicht von vornherein entscheiden können, sondern das ist eben in der Entwicklung der Mathematik so, dass man eben merkt, mit der Zeit dann merkt, was wesentlich, was nicht wesentlich ist, also in früheren Stadien der Mathematik vor dem 19. Jahrhundert war beispielsweise die Anschauung bei bestimmten Beweisen in der Geometrie etwas, was als wesentlich angesehen worden ist, weil Sie die Anschauung gebraucht haben, um bestimmte Figuren zu zeichnen und dann aufgrund der Anschauung bestimmte Geweise geführt haben. Da war die Anschauung was Wesentliches. In der Mathematik des 20. Jahrhunderts ist die Anschauung praktisch restlos verbannt. Die Anschauung ist etwas Unwesentliches, hat mit der Mathematik nichts zu tun. Brauchen wir nicht. Wird rausgeschmissen. Das ist selbst ein gewaltiger Vorgang, der über 100 Jahre, mehr als 100 Jahre gegangen ist, 100 Jahre in der Mathematik, um das sozusagen die Einsicht zu haben, dass in gewisser Weise die Anschauung etwas für die Mathematik selbst Unwesentliches ist. Das war überhaupt nicht klar, war am Anfang der Geometrie über 2000 Jahre oder 2300 Jahre, 2200 Jahre, war es überhaupt nicht so, dass das klar war, sondern im Gegenteil, die Anschauung war ein ganz zentraler Bestandteil dessen, was sie in der Mathematik gebraucht haben, um Geometrie zu treiben und erst dann bestimmte Einsichten, die später gekommen sind, haben dann das korrigiert. Also hier ist es jetzt so, dass wir von vornherein, von all dem Gerede über Aussagen und alles Mögliche, von vornherein abstrahieren. Wir beginnen sofort mit aussagenlogischen Formeln und selbst dort abstrahiert man noch was. Da schaut man im Wesentlichen nur die Zeichen an, das zeige ich Ihnen dann. Also alles Gerede über Aussagen ist alles irrelevant. Der Vorteil dieser mathematischen Abstraktionstendenz ist in zweierlei zunächst mal etwas, da können Sie sich jetzt wahrscheinlich wenig darunter vorstellen, aber für die Mathematikentwicklung selber ist das zentral, weil Sie auf diese Weise Ähnlichkeiten zwischen anscheinend ganz verschiedenen Gebieten sichtbar machen können. Also das, was Sie vielleicht von der Schule her noch kennen mit der analytischen Geometrie, wo die Geometrie das eine ist und das Algebra das andere und was die analytische Geometrie Ihnen eben zeigt, dass Sie die Aufgaben der Geometrie eben übersetzen können und zwar ohne Rest in algebraische Aufgaben und viele algebraische Aufgaben übersetzen können in geometrische Aufgaben und das hat natürlich eine große Fruchtbarkeit, weil Sie eventuell in einem Gebiet Lösungsmethoden haben, die Sie dann aufs andere verwenden können, weil die Gebiete letzten Endes gar nicht verschieden sind. Die sehen nur verschieden aus und in dem Moment, wo Sie weglassen das Zeug, was irrelevant ist, dann sehen Sie plötzlich auf der abstrakten Ebene die Identität von Gebieten, also Ähnlichkeiten oder sogar Identität von Gebieten und das ist für den mathematischen Fortschritt von fundamentaler Bedeutung. In unserem Fall fallen zum Beispiel auch Probleme weg, also alles dieses Gerede da, was ich gemacht habe, was eigentlich eine Aussage, ist das der Urteilsakt und so weiter und so weiter, alles weg. Interessiert den Mathematiker, der Logik betreibt, überhaupt nicht, weil von Aussagen gar nicht die Rede ist, sondern nur von Aussagen, Formeln und selbst das interessiert nicht, nur noch dann von Formellen ist die Rede. Das ist natürlich praktisch, wenn man diesen ganzen Mist, diesen philosophischen Gerede, was da los ist, wenn man das alles gar nicht behandeln muss. Also das ist das Erste, die Abstraktionstendenz, das Zweite, eingebaut in die Mathematik, also wirklich seit den Griechen, aber nicht davor, ist die Axiomatisierung und die Axiomatisierung, die bringt Ordnung in die Aussagen eines Gebietes, sämtliche Aussagen, also inhaltliche Aussagen eines Gebietes fallen in zwei Klassen, in Axiome und in bewiesene Theoreme. Ja, und alles andere ist Lyrik, also von der Mathematik her. Alles andere ist irgendwelches Gerede, entweder ist was bewiesen oder ist nicht bewiesen. Axiome und Theoreme, sie haben also ganz wenig Axiome, aus denen die logisch voneinander unabhängig sind, auch das ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts festgehalten worden. In Hilbert gibt es die berühmte Arbeit, die einfach die Forderungen an die Axiome, sie haben einfach ein paar wenig, logisch unabhängig, die alle Aussagen dann in sich haben und die Aussagen des Gebietes werden dann durch logische Folgerung gewonnen. Und was sie dabei haben, sie bekommen dreierlei durch eine Axiomatisierung eine ökonomische Darstellung des Wissens über das Gebiet, mit vollständigem Überblick. Sie wissen einfach wirklich, was sie haben. Sie schreiben die Axiome hin, wenn die Axiome das tun, was sie tun sollen, steckt dort alles Wissen drin und sie kriegen einfach, fallen ihnen dann mehr oder weniger von alleine, weniger von alleine in der Regel, die Theoreme raus. Sie bekommen eine Klärung der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Aussagen eines Gebietes. Auch das ist mathematisch enorm wichtig, dass sie wissen, wenn ich irgendwo was variiere, wenn ich mal rumspiele und sage, nehmen wir statt dieses Axioms mal ein anderes, dann sehen sie einfach sozusagen mit einem Blick, was davon betroffen ist und was nicht davon betroffen ist. Also mit einem Blick, es kann ja schon relativ lang dauern, dieser Blick, um das rauszufieseln, aber wenn sie wissen, wie ein Beweis geführt ist, geht das Axiom ein, geht es nicht ein, wenn es nicht ein geht, wissen sie, dass es unabhängig davon ist. Und sie bekommen eine ganz klare Festlegung der Begründungspflichten für die Aussagen aus dem Gebiet. Also das, was sie im Juristischen kennen und auch im Philosophischen, die Redereien über Beweislastverteilung, Beweislastverteilung, also irgendjemand behauptet irgendwas, ja wer muss es dann beweisen, musst du es beweisen oder muss ich beweisen, wird ewig rumgestritten, ist für Mathematiker alles sozusagen Nonsens. Wer ein Theorem aufstellt, muss es beweisen, aus, und die Axiome sind da und dann muss er beweisen, entweder er kann es oder er soll sein Maul halten. Also das ist einfach eine relativ klare, also das ist eine verdammt klare Sache, wie das in der Mathematik ist, die Begründungspflichten sind einfach ganz klar und das bekommen sie mit der Axiomatisierung. Und schließlich der dritte Punkt ist der, der die Mathematisierung eines Gebiets auszeichnet, die Verpflichtung auf lückenlose Beweise für alle Behauptungen. Also wer eine Behauptung aufstellt, der muss lückenlos einen Beweis aus den Axiomen führen, das gilt alles außer für die Definitionen, da können sie hinschreiben, im Prinzip was sie wollen, ebenso bei den Konventionen und sogar bei den Axiomen können sie im Prinzip hinschreiben, was sie wollen. Also es gibt keine mathematische Begründung dann für die Axiomen, es interessiert die Mathematiker nicht, die sind irgendwo durch motiviert, was sie für Axiome hinschreiben, aber es gibt keinen strikten mathematischen Streit, sondern es gibt halt Axiome und dann gibt es Folgerungen draus und wenn sie eine Behauptung machen, innerhalb eines axiomatischen Systems müssen sie einen Beweis führen, entweder können sie das oder sie müssen ihren Mund halten. Also das konkrete Verständnis jetzt dieser dritten Forderung ist allerdings historisch nicht unveränderlich. Also was im 18. oder 19. Jahrhundert oder auch im 17. Jahrhundert in der Analyse ist oder auch im 18. Jahrhundert in der Geometrie als ein Beweis gegolten hat, gilt im 20. Jahrhundert nicht mehr als ein Beweis. Also die Forderung danach, was eigentlich ein lückenloser Beweis ist, diese Forderung, die haben gerade in den letzten zwei Jahrhunderten, haben diese massiv zugenommen in der Mathematik. Das merkt man an vielen Beweisen nicht, sozusagen, man gewöhnt sich dann ja auch immer an den jeweiligen Stand, in dem man drin ist, aber wenn man es historisch betrachtet, es ist einfach so, dass zum Beispiel im 17. Jahrhundert in der Differenzialrechnung, also in der Analyse, dann so von unendlich kleinen Größen geredet worden ist und da haben die gar keine Schwierigkeiten gehabt damit und haben das auch immer dann im Wesentlichen richtig gemacht und wenn man heute sowas hört, sagt man so ein Quatsch, sowas gibt es nicht. Entweder ist was Null oder es ist größer als Null, also eine unendlich kleine Größe kann es einfach nicht geben und wir haben heute sozusagen raffiniertere Übersetzungsweisen, um zu sehen, was die wohl gemeint haben und die guten Mathematiker haben das auch gekonnt, es gibt mittlerweile eine Nichtstandard-Analysis, wo man das rekonstruieren kann mit diesen sogenannten unendlich kleinen Größen, also man kann das dann schon rekonstruieren, aber wie gesagt, die Standards haben sich verändert, welche zum Beispiel, auch welche Begriffe als definitionsbedürftig angesehen werden und welche nicht, auch das ändert sich im Laufe der Zeiten und welche Methoden in den Beweisen verwendet werden dürfen. Ebenfalls, also insbesondere, worauf ich schon angespielt habe, der anschauliche versus der formale Beweis, das ist wirklich eine Neuerung durch das neue Verständnis von Geometrie und von Mathematik dann allgemeiner eben seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts als eine formale Disziplin, die keine Gegenstände mehr hat, eigene Gegenstände und das war früher einfach anders. So, das ist das Allgemeine, also die Abstraktionstendenz, die Axiomatisierung und die Pflicht, alles zu beweisen, was man behauptet und das wird jetzt für die Logik folgendermaßen wichtig, auf zwei verschiedenen Wegen, die sogenannte Modelltheorie und die sogenannte Beweistheorie. Die Modelltheorie ist im Wesentlichen so, das Verfahren wäre, was ich Ihnen bisher vorgeführt habe, nur sozusagen verschlankt. Ja, was das jetzt genau heißt, sind einfach bestimmte Sachen weggelassen. Aber das geht im Wesentlichen so zu, während die Beweistheorie die Axiomatisierung der logischen Wahrheiten anstrebt. Also da sehen Sie dann dieses zweite Element, es wird gesagt, die Beweistheorie gibt Ihnen ein Axiomensystem für logische Wahrheiten. Ja, dann schreiben Sie ein paar Axiome hin und dann sollen sämtliche logischen Wahrheiten daraus per Folgerung entstehen. Aber das Ganze auf einem sehr abstrakten Level und zwar nämlich so, dass man in jedem Fall mit einer sogenannten syntaktischen Charakterisierung logischer Formeln beginnt. Also wir waren ja von den Aussagen her gekommen, dann habe ich lang darum geredet, über Abstraktionen und bla 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 und dann kommen wir zu diesen Formeln und warum die Formeln und so weiter. Das ist jetzt alles vergessen. Sondern man beginnt von vornherein auf einer abstrakten Ebene, nämlich mit einer abstrakten Charakterisierung logischer Formeln. Die sogenannte Syntax der Aussagenlogik, die Syntax, das ist die generell, die Semantik ist die Lehre von Bedeutung und die Syntax sagt Ihnen, wie Sie bestimmte Zeichen zusammenstellen dürfen oder eben nicht zusammenstellen dürfen, also die Syntax. Also, da komme ich gleich mit Beispielen. Bisher war es so, so hatte ich es Ihnen gesagt, die aussagenlogische Formeln als Darstellung des Resultats eines Abstraktionsprozesses und jetzt werden die aussagenlogischen Formen syntaktisch charakterisiert, das heißt, durch bestimmte Regeln, was für Zeichen Sie wie zusammensetzen dürfen und zwar als uninterpretierte Zeichnereien. Sehen Sie jetzt dann gleich. Man führt die Zeichen ein als Zeichen einer formalen Sprache S. Die normale Sprache S besteht aus der Menge der aussagenlogischen Formeln. Also, die aussagenlogischen Formeln, die kennen Sie und jetzt betrachte ich einfach, sage ich, alle aussagenlogischen Formen miteinander, das ist eine Sprache, eine formale Sprache S. Das sind sozusagen die Sätze dieser formalen Sprache S. Und was kommt da drin vor? Naja, da gibt es jetzt sogenannte Variable, die werden jetzt in der Mathematik halt so genannt. Das ist eine abzählbar unendliche Menge von Buchstaben, P1, P2, P3. Das sehen Sie schon dran, die muss abzählbar sind, sonst könnte ich hier nicht P1, P2 und P3 schreiben oder eben auch P's und Q's und Sie brauchen einfach einen Haufen Buchstaben. Die brauchen Sie als Variable und dann brauchen Sie Operatoren, die kennen Sie auch alle schon. Das sind hier unsere lieben Jungtoren, die kriegen jetzt nur einen neuen Namen, werden einfach Operatoren genannt und Sie brauchen Hilfszeichen, Klammern, also das ist eine Klammer und das eine Klammer. Das Komma hier ist kein Hilfszeichen, das ist hier nur ein Hilfszeichen, hier ist auch ein Hilfszeichen, hier auch, also gemeint sind die PQR, dann haben wir die hier, die Operatoren und dann brauchen wir noch Klammern und jetzt können wir Formeln basteln. Wenn man genau hinschaut, sind das nicht mal Zeichen, weil Zeichen normalerweise eine Bedeutung haben, Zeichen sind ja Zeichen für etwas, sondern es sind sozusagen typografisch, einfach Symbole, irgendwas, was so auf Papier ist. Wir haben keine Bedeutung, wenn Sie diese Syntax der Aussagenlogik machen und jetzt können wir zunächst, wenn wir wissen, was für Zeichen wir haben, können wir beliebige Zeichenreihen machen, also zum Beispiel sowas, wir können, wenn wir wissen, aha, wir haben da diese Pfeile und die P's und die Q's und die Klammern, kann man zum Beispiel die hintereinander schreiben, irgendwelche schreiben, irgendwas hintereinander. Ich kann aber auch sowas zum Beispiel schreiben, irgendwas oder sowas, ist alles, Sie haben einfach die Zeichen und jetzt spielt irgendein Kind rum, die Zeichen haben keine Bedeutung, dafür haben wir etwas hintereinander schreiben. Ja, jetzt habe ich natürlich noch keine Formeln, sondern jetzt muss ich irgendwelche Regeln angeben, unter welchen Bedingungen ich die Gebilde, die da entstehen, wenn ich die Zeichen zusammennehme, es Formeln gibt und das nenne ich dann wohlgeformte Zeichenreihen, die entsprechen dem Druckbild nach den aussagenlogischen Formeln. Also sehr wichtig, dem Druckbild nach aussagenlogische Formeln, wie Sie sie kennen, da wissen Sie ja, aha, das ist P, das ist ein Loch, das ist ein schematischer Satzbuchstabe, da stand mal eine Aussage und das Dächchen da, das ist der Jungtor mit der und der Wahrheitstafel, sondern das können Sie alles vergessen, es geht nur um ein Spielen mit diesen Symbolen, mit diesen Zeichen und die wohlgeformten Zeichenreihen, die sind jetzt so, dass Sie sagen, ich möchte dem Druckbild nach die aussagenlogischen Formeln nachbilden. Das sind dann die Sätze von S, so wird es genannt, S ist die Sprache und da sind eben Sätze drin, nicht nur Nonsens, sondern eben auch Sätze, werden auch die Formeln von S genannt oder in der englischen Literatur WFF, well-formed formula. Also well-formed sind solche eben, das hier ist eine well-formed formula und das ist eben keine well-formed formula und das hier auch nicht. Sondern es wird aber jetzt nicht sozusagen irgendwas mit Bedeutung, dass Sie sagen, ja, ich kann einfach eine Aussage verknüpfen mit und und so weiter, alles weg, alles weg abstrahiert. Nur das nackte Resultat, dass diese Folge von dem P, Klammer P, dieses Dings, dieses Dings und dann dieses Dings. Das ist einfach alles, Sie wissen nichts weiter drüber. Und die werden mittels einer Konstruktionsvorschrift eingeführt. Das hat alles keine Bedeutung, aber ich mache eine Konstruktionsvorschrift, sodass ich dann die Sätze der Sprache S bekomme und das geht folgendermaßen, jetzt ist einfach ganz konstruktiv, Sie sagen, die Variablen sind Formeln. Also die Variablen, das sind die hier, die da da, die P's, wo haben wir die, die hatte ich hier, oder hier, da Variablen, hier. Und jede einzelne Variable ist selbst eine Formel. P ist eine Formel, zum Beispiel. Dann ist, wenn irgendetwas eine Formel ist, dann ist auch die Negation davon eine Formel. Sagen wir, wenn ich hier eine Formel habe, kann ich über Negation eine neue Formel bilden. Ich kann auch so neue Formeln bilden, wenn P und Q Formeln sind, dann sind eben auch dieses hier, Klammer auf, P, P, Dingsda, Q, Klammer zu, oder P, Dingsda, und so weiter. Das sind dann auch Formeln. Das ist eine konstruktive Vorschrift, wie Sie Formeln generieren können. Und dann, sozusagen die Schlussvorschrift, eine Zeichenreihe, ist nur dann eine Formel, wenn sie in endlich vielen Schritten mittels der Regeln 1 bis 3 konstruierbar ist. Und jetzt sehen Sie, sozusagen intuitiv, sehen Sie, da kriegen Sie natürlich alle mit, alle nur denkbaren Formeln. Ja, weil Sie immer so was machen können, Sie können immer, wenn Sie was haben, können Sie einen Q dranhängen, ja, und Sie können alles verneinen. Ja, und Sie können so was machen, Sie können also die Adjunktion, die Konjunktion, die Adjunktion, das Konditional und das Bikonditional, dann können Sie alle Formeln generieren. Also, und alles nur, was so generierbar ist, ist dann natürlich auch eine Formel, in dem Sinn, wie wir bisher die Formeln verstehen. Das heißt, wir haben jetzt überhaupt nichts sozusagen gedacht, sondern wir haben einfach Regeln angegeben, und diese Regeln, ohne zu denken, generieren, mechanisch, diejenigen Druckbilder, es ist nichts anderes als das, Druckbilder, die wir aus der Aussagenlogik als Formeln kennen. Das ist die Abstraktion. Wir haben von allem abstrahiert, was Bedeutungen sind, was Aussagen sind, wir haben von allem abstrahiert, sondern haben einfach hingeschrieben, pass auf, es gibt drei Sorten von Zeichen, das sind diese Hilfszeichen, die Operatoren, und es sind die Variablen. So, und jetzt gebe ich dir die Regeln an, wie du aus denen dasselbe erzeugen kannst, was wir von der Aussagenlogik her kennen. Alle weiteren Gedanken sind fehlgeleitet, alles sozusagen weg. Es ist ganz abstrakt, wie Sie einfach diese Druckbilder erzeugen. Und jetzt geht es dann weiter, was Sie mit diesen Druckbildern machen können, also das P und Q hier, das sind sogenannte Metavariable, weil Sie eben hier dann kleine P's und Formeln einsetzen. die Definition legt jetzt die Syntax von S fest, die Syntax sagt Ihnen, was die sinnvollen, muss man aber in Anführungsstrichen setzen, die erlaubten Ausdrücke sind, die Sie mit dem Vokabular, mit den Variablen und den Operatoren und sowas bilden können. Und die Syntax sagt Ihnen, unter welchen Bedingungen, es ist im Deutschen auch so, die Syntax sagt Ihnen einfach, welche Kombination von Wörtern einen Satz gibt. Wenn Sie sagen, der, 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 dann sagt die Syntax, ist kein Satz, ist dreimal so ein Dings da hintereinander, bestimmter Artikel ist kein Satz, sondern Satz hat typischerweise Artikel und dann von mir aus Subjekt und was da alles so kommt und Prädikat. Das sind einfach Regeln, wie du Wörter zusammenbauen musst, damit es einen Satz gibt. Und hier ist dasselbe, Sie haben eine Syntax, die Ihnen sagt, welche Kombinationen von den Elementen, von diesem Zeichenvorrat, welche Kombinationen erlaubt sind und diese erlaubten Kombinationen werden Ihnen auf diese konstruktive Weise gegeben und wenn Sie nachprüfen wollen, ob irgendwas eine Formel ist, dann müssen Sie es immer beweisen, aufgrund, dass Sie dann zeigen, wie Sie dieses Ding konstruieren können mit diesen Vorschriften. Es muss also für jede Formel dann ein Beweis geführt werden, dass Sie, also für jede putative Formel, also was auftritt als Formel, müssen Sie jedes Mal immer erst zuerst beweisen, dass es wirklich eine Formel ist. Und die Modelltheorie ist die formale Darstellung dessen, was wir gemacht haben, das erzähle ich jetzt gar nicht weiter, das können Sie nachschauen auf Seite 251 bis 57 im Logikbuch, da lernen Sie sozusagen nichts fürchterlich Neues dazu, das liegt einfach da und dann lässt er einfach ein paar Sachen weg, die bisher, wo ich unendlich viel drüber geredet habe, der ganze philosophische Zeug, kann man sich alles schenken und was jetzt kommt, ist die Beweistheorie und die möchte ich Ihnen noch kurz andeuten, dass Sie das sehen, wo man dorthin geht. Jetzt wird von jeglicher Bedeutung der Zeichen abstrahiert, auch von den Operatoren. Bei dem modelltheoretischen Ansatz denken Sie bei den Operatoren, da muss man noch die Wahrheitstafeln mitnehmen. Da wissen Sie, ah, so ein Operator, der wird über eine Wahrheitstafel definiert, das macht auch Sinn auf dieser mathematischen Ebene und selbst das lässt man in der Beweistheorie jetzt sausen. Man sagt jetzt, ich weiß nichts über die Zeichen, außer was sie typografisch sind. Gar nichts mehr. Und selbst das typografische Bild, das spezifische, selbst das ist irrelevant. Also es wird nur noch, ich habe halt ein paar Zeichen. Und wir machen also einen vollständigen syntaktischen Zugang in dem Sinne, dass ich mich nur auf diese Bilder, sozusagen diese Zeichenbilder und auf nichts anderes beziehe. Nur darauf. Wir haben keine Bedeutung, Unterschied von Hilfszeichen oder Operatoren, gibt es nicht. Es gibt einfach nur Zeichen. Und die Grundidee ist jetzt die, erzeuge alle Formeln, die typografisch mit den aussagenlogisch wahren Formeln übereinstimmen durch Bildungsgesetze. Also wir haben zunächst in der Syntax der Aussagenlogik, haben wir lediglich gesagt, welche Formeln wir überhaupt bereit sind anzuschauen. Nämlich alle die, die denen entsprechen, wie wir sie aus der Aussagenlogik kennen. Jetzt wollen wir mehr, das ist eben die Grundidee der Beweistheorie, wir wollen die aussagenlogisch wahren, also das, was früher die aussagenlogisch wahren Formeln waren, das wollen wir jetzt mechanisch generieren. Und zwar ohne irgendwas von Wahrheit oder so, irgendwas da reinstecken zu müssen, sondern es wird einfach mechanisch generiert. Ich habe also die gestammte Sprache S, das sind alles syntaktisch wohlgeformte Formeln und jetzt sage ich, jetzt möchte ich alle von denen, möchte ich alle die raushaben und zwar mit einem axiomatischen Verfahren, möchte ich alle diejenigen haben, die dafür stehen, was früher mal die aussagenlogisch wahren waren, obwohl ich aber aussagenlogisch wahren gar nichts mehr sagen will. Ich möchte nur diese Formeln generieren, ohne zu denken, also durch Bildungsgesetze. Und das bedeutet, ich brauche als Bildungsgesetze, brauche ich dann Axiome, ich muss bestimmte Sachen sagen, ich muss bestimmte Formeln hinschreiben und sagen, also die hier, das sind so Kandidaten für Wahrheit und dann brauche ich Deduktionsregeln, Schlussregeln oder Deduktionsregeln und das sind wieder solche Regeln, wie ich aus den vorhandenen, die ich axiomatisch hinschreibe, einfach weitere logisch wahre Formeln, also Formeln erzeugen kann, die den logisch wahren Formeln der Aussagenlogik entsprechen. Also ich mache, ich erfinde ein, was ist diese Kalkulisierung, ich erfinde ein Verfahren, wie ich vollständig alle Aussagenlogik, das, was früher aussagenlogisch wahre Formeln waren, wie ich diese Druckbilder generieren kann. Ich muss überhaupt nichts mehr denken, sondern es sind, das nennt man eben die Kalkulisierung, Kalkulus, das sind diese Rechensteine, die man in römischer Zeit benutzt hat, wo sie das rechnen, also das überlegen, ja wie viel ist denn jetzt 5 und 7 um alles in der Welt und so und dann denken sie irgendwie, das wird ersetzt durch Rumschieben von Steinen. Und das ist eben das, was hier Kalkulisierung bedeutet, statt irgendwelche Inhalte zu denken, kriegen sie einfach Regeln, wie sie irgendwelche Zeichen rumschieben dürfen. Das ist das, was hier passiert, das wird sozusagen total mechanisch und sie müssen absolut nichts denken und es wird dadurch extremst übersichtlich, im Sinne von dessen, was Beweise sind, sie kriegen absolut den Überblick über jeden einzelnen Schritt und sie können wirklich Fehlermöglichkeiten also nach allem nur menschlich Denkbaren wirklich eliminieren. Das ist das, was man in dieser Beweistheorie will und eben auf die mathematische Weise, dass sie einfach wirklich, dass man eben sagt, letztlich ist das Entscheidende nur die Regeln dieses Rumschiebens von diesen Zeichen. Darauf läuft es letztlich hinaus. Das ist zunächst sehr überraschend, weil man sich denkt, Moment mal, bei der Logik, da geht es doch um das richtige Denken, ja da muss man dann denken, wie Sokrates ist ein Mensch und bla und alle Menschen sind sterben, ja was ist denn jetzt eigentlich los? Was sich rausstellt hier, das ist eben dieser gewaltige Fortschritt, der in den letzten 150 Jahren gemacht worden ist in der Logik, dass sich das wirklich restlos, also restlos in gewisser Weise, kalkulisieren lässt, dass es wirklich auf was ganz, ganz, ganz Primitives hinausläuft, nämlich nur bestimmte Manipulationen, die sie mit irgendwelchen Drucksymbolen machen. So, jetzt kommen die anderen und das Ergebnis ist dann ein aussagenlogischer Kalkül, ein uninterpretiertes formales System und jetzt reicht die Zeit nicht mehr, sondern ich überlasse Ihnen das in den Ferien, ich habe es versucht in meinem Buch einigermaßen darzustellen. Die Grundidee ist eben wirklich hier, dort wird diese Abstraktion, wie sie in der Mathematik üblich ist, wird wirklich auf die Spitze getrieben. Es bleibt wirklich fast nichts mehr übrig und dieses fast nichts, das genügt, um alle logischen Wahrheiten zu generieren. Das ist das unglaublich Spannende hier. Ja, ... ... ... ... ... ... ... ...